Das Xiaomi Mi 11 Lite ist Lite im wahrsten Sinne des Wortes. Mit 159 Gramm ist der Nachfolger eines der beliebtesten Xiaomi-Smartphones ein echtes Fliegengewicht. Und das packen wir jetzt mal aus. Da habe ich mich tatsächlich fast mehr drauf gefreut als auf das Mi 11 Ultra. Denn ich weiß von mir und auch von euch, die Mi Lite Smartphones in letzter Zeit, die waren alle ziemlich gut. Jetzt haben wir das Mi 11 Lite und das kommt tatsächlich in zwei Versionen. Es gibt eine 5G-Version und es gibt eine 4G-Version. Das 4G hat nicht nur kein 5G, sondern ist auch ein bisschen schwächer. Aber auf die Unterschiede gehen wir gleich nochmal genauer ein. Packen wir das gute Ding mal aus. Eine typische Xiaomi-Box. Ich bin sehr gespannt, welche Farbe wir bekommen haben. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Jetzt kann ich es nicht machen, ohne die Farbe schon zu sehen. Ich will mich selbst noch nicht spoilern. Augen zu und durch. Was haben wir sonst hier drin? Hier ist ein Ladegerät. Das dürfte ein 33 Watt USB-Ladegerät sein. Ja, natürlich, das ist es. Dazu gibt es natürlich ein Kabel USB-C. Sieht man hier. Ich tue es jetzt nicht hier aus der Box raus, weil das kriege ich nie wieder da rein. Sim-Nadel ist dabei und natürlich ein transparentes Silikon-Case. Aber hey, immerhin tut man es mit da rein. Okay, so sieht der Kamera-Cut-Out aus. Ich habe gerade keinen Nerv dazu. Ich habe gerade schon Mi 11 Ultra ausgepackt. Wir wollen uns nämlich einfach nur das Handy anschauen. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Uh, nice. Das ist meine zweitliebste Farbe. Es gibt es noch einen mintgrün. Das hätte ich noch lieber gehabt. Aber zumindestens mal kein grau, schwarz, wie auch immer. Oha. Ey, das ist wirklich leicht. Alter, was? Alter, das ist voll leicht. 159 Gramm. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal ein so leichtes Smartphone in der Hand hatte. Das ist wirklich mal Light im wahrsten Sinne des Wortes. Hier in diesem schönen gelb-grünen Colorway. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsfarbe für das Mi 11 Lite 5G wäre. Was auf jeden Fall auffällt, was ungewöhnlich ist, die Rückseite ist flach. Eigentlich werden ja mittlerweile fast alle Rückseiten so zu den Seiten abgebogen. Deswegen, sie wirkt es so sehr breit, wie ich finde. So ein bisschen so drauf gedrückt. Also tatsächlich ein bisschen wie bei dem iPhone. Auf der rechten Seite ist hier der, ist das hier auch der Fingerabdrucksensor? Das ist ja mittlerweile, dass Xiaomi das öfter macht. Power-Button und Fingerabdrucksensor im EIM, obwohl man ein AMOLED-Display hat. Und das ist auch ein kleines Highlight, auf das ich gleich eingehe. Lautstärke-Taste ist hier ansonsten keine Stereo-Speaker, zumindest Infrarot-Blaster. Hier ist nichts und dann USB-C. Kein Klinkenanschluss fällt mir gerade auf. Aber gut, der hat sich mittlerweile, glaube ich, auch einfach verabschiedet. Das Kameramodul steht auch gar nicht so weit heraus. Es dürfte aber trotzdem auf dem Tisch wackeln. Ja, das ist schade. Das kann man aber wahrscheinlich mit dem Case austarieren. Das sieht schon besser aus, okay? Immer noch ganz leicht, aber schon deutlich besser. Wenn man das Case nutzen möchte, dann kann man den Effekt vom Wackeln so ein bisschen ausgleichen tatsächlich. Was mir gerade auffällt, natürlich haben wir hier auch ein Punch-Holder sein. Das heißt, die Frontkamera ist hier oben links in der Ecke. Man kann sich mal eben so zum Vergleich das Mi 10 Lite 5G dazuholen. Es fällt auf jeden Fall auf, dass es eine Kamera weniger gibt. Aber ihr seht genau das, was ich meinte. Hier ist die Rückseite zu den Seiten hin abgerundet. Ich weiß gar nicht, ist das Glas? Fühlt sich wie Glas an auf jeden Fall. Aber insgesamt macht es auf jeden Fall einen guten Ersteindruck. Auch wenn man sagen muss, dass so ein Mi 11 oder so nochmal deutlich schöner verarbeitet ist. Und was man vor allen Dingen sagen muss, es ist kleiner geworden. Es sind jetzt nicht 6,57, sondern 6,55 Zoll. Und in der Gehäuse-Länge unterscheidet es hier in drei Millimetern. Drei Millimeter ist nicht viel, aber wir nehmen es auf jeden Fall in der Richtung zu kompakteren Smartphones. So, Fingerabdrucksensor ist an der Seite tatsächlich. Ich muss sagen, es wirkt wie ein Rückschritt, da letztes Jahr zum Beispiel auch das Mi 10 Lite einen Fingerabdrucksensor unter dem Display hat. Und das wirkt natürlich futuristischer. Aber die haben sich halt nicht wirklich weiterentwickelt und sind einfach nicht schneller. Und gerade im Alltag, wo es dann auf die Schnelligkeit ankommt, da nehme ich dann doch lieber den schnelleren Sensor anstatt den etwas vielleicht cooleren Sensor, oder? Und dann erwartet uns jetzt das Xiaomi Mi 11 Lite. In der 5G-Variante, wie gesagt. Und da ist der Hauptunterschied zu der 4G-Variante. Denn wir haben hier den Qualcomm Snapdragon 780 Prozessor drin. Und das ist der Nachfolger von dem 765G, der noch im Mi 10 Lite 5G war und quasi so damals der beste Oberklasse-Prozessor war. Also der beste Prozessor aus der 7er-Reihe von Snapdragon und somit damals noch der zweitbeste im Line-Up. Jetzt gibt es ein paar mehr in der 8er-Reihe mit dem 870 und 860. Dafür ist das jetzt der beste Prozessor in der 7er-Reihe. Und der hat 5G mit an Bord und der ist energieeffizient. Das wurde sogar, glaube ich, im 5-Nanometer-Verfahren hergestellt. Also ein sehr, sehr potenter Chip, den man hier für verhältnismäßig wenig Geld bekommt. Denn das Xiaomi Mi 11 Lite 5G kostet nur 370 Euro neu UVP. Das 4G kostet 300 Euro. Und da bekommt man den Snapdragon 732G, den man auch deutlich günstiger im Poco X3 NFC bekommt. Und ich würde, jetzt ohne es getestet zu haben, aber schon mal empfehlen, dass man eher zur 5G-Variante greifen soll. Auch wenn einem 5G nicht so wichtig ist vielleicht. Aber allein für die Prozessorkraft dürfte sich das auf jeden Fall lohnen. In Kombination vor allen Dingen mit diesem 90-Hertz-Display. Das ist nämlich das zweite Highlight des Mi 11 Lite 5G. Der bekommt kein 120-Hertz, aber ein 90-Hertz-Armel-Display. Und durch diese höhere Bildwiederholrate, also schon höher als der Standard von 60, ergibt sich einfach theoretisch schon mal eine flüssigere Performance, dass alles ein bisschen schneller, flüssiger und smoother reagiert. Es ist nicht voreingestellt. Was ich immer noch nicht verstehe, Xiaomi, gerade die Leute, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen und gar nicht wissen, was sie da kaufen, sage ich mal. Vielleicht wenn sie es irgendwie beim Saturn oder so kaufen. Den nehmt ihr damit eine wichtige Einstellung. Also stellt das von vornherein ein oder macht das Teil der Einrichtung oder so. Schauen wir mal schnell rein, was es hier alles so gibt. MiUI 12 ist natürlich drauf. Wir haben hier die 128 GB Variante bekommen. Das heißt, dass sie 8 GB LPD-4X-Arbeitsspeicher hat. Es gibt allerdings auch noch eine Variante mit 6 GB und 64 GB Massenspeicher. So, Sicherheitsupdate ist von Februar noch. Gibt es schon ein Update? Gibt noch kein Update? Okay. Wir können sonst mal schauen, haben wir ein Always-On-Display? Es ist ja schließlich ein AMOLED-Display und das haben wir. Wir können hier viele Einstellungsmöglichkeiten eintreffen. Da kann man sich dann die Uhrzeit oder so anzeigen lassen. Wie kann das Handy nun so leicht sein? Ja, das liegt natürlich auch teilweise am Akku. Der fällt mit 4.250 mAh nicht ganz so groß aus. Wobei das immer noch lustig ist, weil bis vor einem Jahr oder so war 4.000 mAh immer noch ein sehr guter Wert. Das hat sich aber auch gerade durch Xiaomi jetzt in den letzten zwölf Monaten ordentlich nach oben bewegt. Von daher wirken 4.250 mAh schon wie wenig. Aber dafür bekommt man halt hier auch ein sehr leichtes Design. Da muss man dann individuell abwägen, was einem so wichtiger ist tatsächlich. Ich glaube aber, dass man hier trotzdem auch mit 90 Hz AMOLED locker durch den Tag kommen wird. Geladen kannst du, wie gesagt, mit 33 Watt. Kabelloses laden ist dagegen leider nicht möglich. Kommen wir auf jeden Fall noch zur Kamera. Wir haben auf der Rückseite, wie gesagt, eine Triple-Kamera. Die besteht aus einer 64-Megapixel-Hauptkamera. Das dürfte ein Sony-Sensor sein. Dazu kommt eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera und eine 5-Megapixel-Tele-Makro-Kamera. Wir werden jetzt gleich anschließend einfach mal ein paar Fotos schießen, die wir euch dann jetzt hier einblenden. Und ihr könnt ja mal sagen, was ihr so von den Fotos haltet. Gefallen euch die? Gefallen euch die nicht? Ich denke mal, das ist so der Standard, den wir mittlerweile von Xiaomi kennen. Ein Selfie kann ich mal machen. Da bekommt man natürlich auch die 20-Megapixel-Selfie-Kamera, die man halt so kennt von Xiaomi. Die Light-Reihe von Xiaomi, die erfreut sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit. Und ich kann absolut verstehen, warum. Weil zum Beispiel letztes Jahr das Mi 10 Lite 5G war mit dem Snapdragon 765G einfach das günstigste Smartphone mit dem Prozessor. Welcher sonst zum Beispiel in dem Google Pixel 5 gesteckt hat, was man eben 600 Euro gekostet hat. Und damit war es halb so teuer. Und das Gleiche dürften wir auch jetzt wieder erwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass andere Hersteller es nicht hinbekommen, diesen Prozessor so günstig in einem Smartphone zu platzieren. Von daher dürfte das Mi 11 Lite 5G auch in diesem Jahr wieder quasi die erste Wahl sein, wenn man möglichst viel Power haben möchte für wirklich wenig Geld. Der Prozessor ist nämlich fast auf Flagship-Niveau. Dazu gibt es ein fast Flagship-Display mit 90 anstatt 120 Hertz. Und das sind schon so coole Luxus-Features, die vielen von euch schon reichen dürften. Und gerade wenn sich der Preis wieder Richtung 300 Euro entwickelt, dann ist das wieder ganz klar, dass das Mi 11 Lite 5G da absolut abräumen wird. Ich bin sehr gespannt, wie sich das im Test schlagen wird. Um den nicht zu verpassen, solltet ihr unseren YouTube-Kanal hier unten abonnieren. Wir verlinken euch hier unser Video zum Poco F3, was da ein interessanter Gegner sein könnte. Ihr könnt uns dazu in die Kommentare schreiben, mit welchem Handy wir das vergleichen wollen. Oder ob ihr sowieso schon ein Auge drauf geworfen habt. Einfach in die Kommentare mit. Das war es von mir für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!